Hey Leute, was geht? Mein Name ist Anonymax16 und heute mal ein kleines Informationsvideo. Und zwar mein Kollege Mr. Elite Gamer möchte am 08.03.2014 ein kleines Community-Event starten, was von 15 Uhr bis 19 Uhr geht. Und zwar auf diesen Teamspeak, der da unten, ich lese ihn mal kurz vor, 85.25.66.193.2. Dieser Teamspeak wurde halt eben von meinen Kollegen Chillmaster zur Verfügung gestellt. Und ja, schaut in die Beschreibung. Und es werden Black Ops 2 gezockt, es werden Bandit 4, 3 gezockt. Gary Smod, also Troubled Terrace Town, also das habe ich jetzt so reingebracht. Formel 1 2013 und und und. Also SimCity wird wahrscheinlich auch noch dabei sein. Ihr müsst jetzt nicht jedes Spiel davon haben, mindestens eins. Sagt euren Freunden Bescheid, dieser Teamspeak hat 500, mindestens 500 Plätze. Und also da ist genügend Platz für jeden, der mitmachen möchte. Und einfach alle Termine absagen, Freunde einladen, dieses Video teilen, damit es halt eben sich verbreitet. Also Mr. Elite Gamer, sein Kanal ist unten in der Beschreibung. Genau, schaut mal unten in die Beschreibung rein, weil da sind auch noch vielleicht paar Informationen, die euch helfen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski.